Hi, ich bin Kejan von der Greenpeace-Jugend und wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr wieder die COP oder Conference of Parties beziehungsweise kurz gesagt immer Klimakonferenz statt. Die findet dieses Jahr in Dubai statt und neben mir steht Martin Kaiser. Du bist der Geschäftsführer und Vorstand von Greenpeace in Deutschland und du warst schon einige Male mehr als ich da. Ich war nämlich noch gar nicht da, aber du warst nämlich schon 15 Mal da, richtig? Ja ungefähr. Und hast dementsprechend ganz viel Expertise dazu und ich habe daher einige Fragen an dich und löcher dich jetzt damit. Wunderbar, freut mich. Okay, magst du vielleicht am Anfang noch mal ganz kurz erklären, was genau passiert auf der COP und warum ist die COP vor allem auch jetzt gerade total wichtig? Es kommen ja über 190 Länder zusammen und bringen ihre Positionen ein in Verhandlungen, die am Ende in einem großen, großen Konsens enden müssen. Und gerade in diesem Jahr geht es um ganz besonders viel, denn es geht um die globale Bestandsaufnahme, wo wir eigentlich stehen im Klimaschutz. Wir beide wissen das schon lange, aber die Weltgemeinschaft muss sich darauf einigen, dass sie eben überhaupt nicht auf Kurs sind und dann müssen sie eben auch Maßnahmen treffen, dass sie wieder auf Kurs kommen. Und da kannst du dir vorstellen, wie schwierig das wird, dann wirklich im Konkreten zu sagen, was muss jetzt eigentlich getan werden. Und jetzt ist ja so, dass die Konferenz dieses Jahr in Dubai stattfindet. Und Dubai ist mir jetzt nicht unbedingt bekannt für erneuerbare Energien, sondern eher halt als großes Öl- und Gasfels und das einfach da die Wirtschaft bestimmt. Warum ist das vielleicht trotzdem ein guter Ort für eine Klimakonferenz oder ist das eigentlich ziemlich absurd? Die Vereinten Nationen, die entscheiden ja jedes Jahr, dass eine unterschiedliche Weltregion die Konferenz ausrichtet. Und in diesem Jahr war die Golfregion dran und da musste es einen Ölstart treffen, aber es ist natürlich absurd, dass ausgerechnet ein Ölstart, die ja auch in der Vergangenheit bei den Klimakonferenzen immer wieder gebremst haben, jetzt eine Klimakonferenz ausrichtet und gerade den Vorsitz zu haben von dieser Konferenz, der ja eine entscheidende Rolle spielt. Denn diese Vorsitzende oder Vorsitzende muss dann eben versuchen, die Interessen zusammenzubringen, aber nicht zum kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern zu dem, was wir brauchen, was die Klimawissenschaft auch sagt. Darfst du das funktionieren, wenn Dubai das macht? Man hat ja mit dem Konferenzvorsitzenden Sultan Al Jaba den Chef des Ölunternehmens in Abu Dhabi ernannt und das ist natürlich wie wenn man den Bock zum Gärtner nennt und das haben wir von Anfang an sehr stark kritisiert. Und gerade in den letzten Tagen zeichnet sich immer mehr ab, dass er wirklich die Interessen der Öl- und Gasindustrie vertreten will und stellt zum Beispiel in Frage, dass der Ausstieg aus den Fossilen nicht notwendig wäre und es wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen wäre, dass das was bringen würde. Und das ist natürlich fatal. Darf ich direkt kurz darauf eingehen, wie ist das, wenn man jetzt als Greenpeace da ist? Also ich kann mir vorstellen, dass dann halt dadurch, dass er den Vorsitz hat, irgendwie sehr sehr viel irgendwie so in diese Richtung gedenkt wird und halt, dass irgendwie weggeleugnet wird, dass irgendwie der Ausstieg aus den Fossilen notwendig ist. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt oder die Greenpeace-Delegation sozusagen da ist? Was ist dann genau eure Arbeit vor Ort und was tut ihr dem entgegen? Ja, unsere Aufgabe ist es wirklich den Finger in die Wunde zu legen und das der Weltöffentlichkeit auch zu erzählen. Wir sind in den kleinen und großen Konferenzräumen und hören genau zu, welches Land was sagt. Und wenn ein Land wie Russland sagt, wir brauchen keinen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, natürlich skandalisieren wir das und bringen das zur Presse. Wir versuchen aber auch, die Stimmen zu hören von den kleinen Inselstaaten oder von afrikanischen Ländern, die sagen, es muss dringend der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bei dieser Konferenz beschlossen werden, weil sonst haben diese Menschen keine Zukunft mehr. Und genau diesen Ländern dann auch eine Stimme zu geben und mit sauer größeren Wirtschaftsstationen dann auch zusammenzubringen, die sagen, ja, wir wollen auch in diese Richtung gehen und damit auch eine relevante Mehrheit zu organisieren, das versuchen wir dann. Mir ist das ja in Dubai und auch so ein bisschen abgeschnitten an, das ist also natürlich berichtet, aber wie würdest du sagen, TREK-Limpie ist das vielleicht auch nach außen, was auf der Kopf passiert und gerade halt diese Botschaften von Ländern des globalen Südens? Es sind ja nicht nur die 180 oder 190 Länder da vor Ort, sondern eben auch die Weltpresse, die MedienvertreterInnen, die von der Konferenz berichten. Und natürlich wissen die genau, dass Regierungen ihnen irgendwas erzählen wollen. Und dafür sind wir dann da, um das einzuordnen und wirklich auch eine glaubwürdige Stimme dann auch zu der Presse zu geben. Und das ist natürlich auch die Methode, Regierungen zu treiben. Auch die deutsche Regierung, auch die europäischen Länder, die immer sagen, wir sind Vorreiter und sind ganz vorne dran. Und in Wahrheit stimmt das eben nur zum Teil. Was hast du für Erwartungen, vor allem auch die deutsche Bundesregierung? Na ja, die Klimapolitik der Bundesregierung liegt ja gerade ein bisschen im Scherbenhaufen. Erst ist der Klima- und Transformationsfonds vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden. Danach gab es eine Gerichtsentscheidung, dass die Bundesregierung illegal im Klimaschutz handelt, denn sie treffen keine Sofortmaßnahmen im Verkehrsbereich, der das große Sorgenkind bei uns ist. Wir könnten ja von heute auf morgen ein Tempolimit einführen und würden gleich sechs bis acht Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und das wurde vom Gericht klar entschieden. Anstatt das jetzt umzusetzen, will die Regierung jetzt in die Revision gehen. Und was uns am meisten Sorgen macht, ist auch im Hinblick auf die Konferenz, dass Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, ist ja nach Senegal gereist, der ist nach Nigeria gereist und will diese Länder unterstützen, auch finanziell unterstützen, dass sie weitere Gasbohrungen tätigen und weiter Gas für Deutschland zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was jetzt eigentlich passieren muss. Nämlich ein Signal, dass wir aussteigen aus der Finanzierung, aber auch aus der Realisierung von neuen Gas- und Ölförderung und die bestehenden langsam abbauen. Heißt aber kurz, eine Vorreiterrolle hat Deutschland einfach wirklich gar nicht, oder? Deutschland ist leider im Mittelfeld gelandet und wir hoffen, dass wir jetzt so viel Druck machen können während der Konferenz, dass es am Ende eine klare Positionierung zusammen mit denjenigen Ländern gibt, die am meisten unter der Klimakrise zu leiden haben. Und dann auch eine klare Forderung, der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ab jetzt zu gestalten. Das finde ich eine sehr wichtige Botschaft. Jetzt haben wir schon eigentlich damit sehr viel über Herausforderungen schon gesprochen, aber was würdest du sagen, sind so gerade dieses Jahr die Keypoints, so die großen Herausforderungen und vielleicht was auch inhaltlich so total spannend dieses Jahr gerade? Mittlerweile ist es ja wirklich allen Menschen weltweit klar, dass wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun, dass die Folgen, die kommen werden, um ein Vielfaches dessen sind, was wir jetzt schon erleben. Wir haben es ja in Griechenland erlebt, wir haben es in Libyen gesehen, wir haben die Brände gesehen in Nordamerika, in Europa. Wir haben vor zwei Jahren das Ahrtal gehabt mit den Überflutungen und die Menschen werden die Leidtragenden sein, wenn wir auf eine 3, 4, 5 Grad Welt zusteuern. Denn wir erleben es jetzt schon bei 1,1 1,2 Grad Erwärmung. Und das jetzt zu übersetzen in die Konferenz gegen die mächtigen Interessen vor allem der Öl- und Gasindustrie, das ist die riesen Herausforderung bei dieser Konferenz. Würdest du sagen, zum Beispiel auch dieser Lost and Damage Fund, für den ja die letzten Jahre einfach richtig viel aus der Klimabedingung irgendwie so an Lobbyarbeit, grüner Lobbyarbeit so reingeschlossen ist, hat der dieses Jahr eine Chance auch vielleicht endlich mal wirklich stabil mit Geld gefüllt zu werden oder es gehört ja vielleicht auch wieder in den Hintergrund? Das ist ja ein echter Hoffnungsschimmer. Wir haben ja im letzten Jahr erreicht, dass jetzt die Verhandlungen gestartet wurden zu einem Lost and Damage Fund und am ersten Tag der Konferenz wurde er beschlossen. Und das ist natürlich für UN-Verhältnisse ein Sprint, den sie da hingelegt haben und gleichzeitig ein so wichtiges Zeichen für die Länder des globalen Südens, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind und selber überhaupt nicht die Mittel haben, die Schäden zu kompensieren. Es gibt auch erste Gelder, aber die reichen natürlich bei Weitem nicht aus. Da wird jetzt von etwa zwei, dreihundert Millionen US-Dollar gesprochen. Was es aber braucht, sind natürlich Milliarden, um die Schäden von Haus und Hof sozusagen zu kompensieren, wenn ein Sturm kommt, wenn Überschwemmungen kommen. Und da sagt Greenpeace ja, wir müssen uns das Geld holen von denjenigen, die gerade unseren Planeten vor die Wand fahren. Das ist die Öl- und Gasindustrie. Und die müssen besteuert werden. Denen müssen die Übergewinner, die sie im letzten Jahr ja mit 200 Milliarden gemacht haben, weggenommen werden und dann den Menschen gegeben werden, die von der Klimakrise am meisten betroffen sind. Make pollutes pay. Jetzt haben wir ja nicht nur gerade die Klimakrise, sondern auch klar auch damit verbunden, irgendwie den Krieg in der Ukraine irgendwie von Russland angezettet, auch zahlreiche andere Kriege und halt seit neuestem auch noch den North-Konflikt, der wieder total aufgeflammt ist. Wie hat der vielleicht auch eine Wirkung oder wie spielt der auf die COP ein? Würde man das da vielleicht auch? Ja, fange ich mal vielleicht bei Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine an. Die hat natürlich die Geopolitik völlig verändert und polarisiert. Und es ist natürlich extrem schwer, dadurch, dass China sich auf die Seite von Russland geschlagen hat, wie man jetzt eigentlich bei einem globalen Klimaschutzabkommen, wo ja alle mit im Boot sein müssen, dann auch vorankommt. Aber gleichzeitig hat der Krieg auch gezeigt, wie abhängig wir sind, teilweise von Autokratien, was den Import von fossilen Energieträgern angeht. Und das, um mal unseren Finanzminister zu zitieren, heißt, wir müssen auf die Friedensenergien setzen. Und das ist Sonn und Wind. Der Krieg jetzt in Israel und Gaza ist natürlich fürchterlich. Und die Terrorattacken von Hamas gegen Israel sind ja schockierend gewesen. Und wir fordern, dass die Geiseln sofort freigelassen werden. Aber es ist auch ein unermessliches Leid, was gerade im Gaza stattfindet und wie viele Menschen dort humanitär leiden müssen. Und auch da muss Hilfe möglich gemacht werden. Greenpeace fordert eine Feuerpause und fordert, dass langfristig wirklich eine friedliche Lösung für die Region gearbeitet wird. Merkt man das auch so ganz konkret auf der Kopf, dass da so eine schlechte Stimmung vielleicht auch zwischen den Staaten gerade ist oder dass halt da so die Fadernsbereitschaft auch nicht so sonderlich groß ist? Die aktuellen Kriege und Krisen beeinflussen die Dynamik auf diesen Konferenzen enorm. Und wir werden gerade am Ende sehen, ob zum Beispiel Russland den gesamten internationalen Klimaschutz blockieren wird oder nicht. Es gibt erste Signale dafür, die sie am Anfang der Konferenz reingegeben haben. Und insofern wird es spannend bis zum Schluss, ob man einigermaßen die Kriege und Krisen aus dieser Konferenz heraushalten kann. Denn eins ist klar, egal ob Russland, Deutschland oder Kanada oder Südafrika, die Klimakrise betrifft alle, betrifft auch alle Regierungen und die Menschen weltweit erwarten, dass es endlich Fortschritte gibt. Wenn du jetzt dich nochmal sozusagen auf ein Ziel festigen müsstest, was wäre so das, was du am Ende auf jeden Fall gerne auf der Kopf erreichen würdest oder was Greenpeace so, was wäre das Hauptziel von Greenpeace auf der Kopf dieses Jahr? Von der Klimakonferenz muss ein klarer Beschluss und ein klares Signal an alle Investoren ausgeben, dass wir aussteigen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Ab jetzt schrittweise und so schnell wie möglich. Das wäre ein sehr wuchmachendes Statement. Jetzt gab es ja gerade, wir beziehen es ja im Gegensatz zum Präsidenten der COP auch irgendwie auf wissenschaftliche Studien. Eine Studie, die gesagt hat, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr unbedingt so gut einheitbar ist. Mujib Dativ hat das in letzter Zeit oft gesagt und oft beleuchtet. Und was glaubst du, was ist so das, was dir vielleicht auch noch Hoffnung machen kann, auch gerade im Bezug jetzt auf den COP? Was könnte dir auf der COP auch Hoffnung geben? Irgendwo doch noch in einer eigentlich sehr verdrückenden Situation, wir können das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr einhalten. Was gibt dir da noch Hoffnung? Ich glaube, das sind die Menschen. Das ist die Klimabewegung, die mir Hoffnung gibt und die vielen Menschen, auch in Deutschland, in Europa, weltweit, die verstanden haben, wir sind in einer akuten Klimakrise. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein und die Sorge auch um die nächsten 10, 20 Jahre, die Sorge um Kinder und Enkelkinder, dass man dies wirklich in politisches Handeln reinbekommt. Und natürlich, wenn wir mit dem Schneckentempo weitermachen im Klimaschutz, wie er bisher an den Tag gelegt wurden, dann werden wir das 1,5-Limit überschreiten. Aber da ist meine Hoffnung, dass gerade diese einschneidenden Wetterextreme, die wir jetzt in zunehmender Heftigkeit erleben, dass sie doch sozusagen disruptive Momente in der Politik auch erzeugen, wo dann eben plötzlich ganz schnell gehandelt werden. Wir haben es in den letzten Jahren mehrfach erlebt, dass die Politik in der Lage ist, alles über den Haufen zu werden, plötzlich ganz anders zu handeln. Und das erwarte ich mir jetzt auch im Klimaschutz, auch von Bundeskanzler Scholz und seiner Regierung, dass wir endlich auf Klimakurs kommen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Und ja, beobachtet, was auf der Kopf passiert. Dankeschön. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank.